Heute ist Weltkindertag und alle Kinder versammeln sich. Stella, stell dich mal vor. Ich bin Stella, ich komme aus Europa, eher gesagt aus Deutschland. Ich wohne in Berlin, wir haben eine Villa und ich finde die Natur sehr schön. Deswegen fahre ich sehr oft Fahrrad. Ich möchte Tierärztin werden. Hallo, ich bin Da Vinci. Ich lebe am Nordpol in einem Iglo. Ich klettere am liebsten auf Eisberge. Und manchmal fange ich mir auch einen Fisch. Und ich habe ein Haustier, eine Robbe namens Wiegald. Ich heiße Emilia, ich komme von einer spanischen Insel, sie heißt Lanzarote. Die Insel ist sehr schön, weil sie sehr warm ist. Das Meereswasser ist türkisblau und wir haben ein großes Haus. Es gibt auch viele Hotels. Und ich habe ein Haustier, eine Schildkröte. Und sie heißt Jüli. Hallo, ich bin Anna, ich komme aus Australien. Ich wohne auf einer Farm in Sydney. Mir gefällt es dort, weil es viele Kängurus gibt. Ich habe selbst ein Kängurus namens Janni. Applaus Applaus